Fortschritt Fortschritt hat auch diese Namen. Zukunft und Abschied. Ein Erbe von Können und von Weisheit ungezählter Generationen steckt in den alten Berufen. Von denen manche Zukunft haben in anderer Gestalt und manche eine Renaissance erleben könnten. Vielleicht haben wir gerade noch Zeit, sie im Bilddokument bei uns zu behalten. Die letzten ihres Standes. Was war der Wert ihrer Arbeit? Welche Werkstattgeheimnisse können sie uns noch verraten? Wie sind sie geworden in ihrem Werk? Die alten Gebäude im Hinterhof einer ehemaligen Stahlwarenfabrik stammen aus dem 19. Jahrhundert. Heute beherbergen sie die Werkstatt eines Messermachers. Klingen und Messer aller Art machten Solingen einst weltberühmt. Wilfried Fährekampf ist einer der letzten Messerschleifer, die Klingen von Hand so bearbeiten, dass sie besonders scharf sind und das auch bleiben. Blau-Pliesten heißt dieser besondere Schliff, der sich nach alter Tradition über Jahrhunderte entwickelt hat. Heute sind diese Klingen wieder so begehrt, dass der Meister einfach nicht in Rente gehen kann. Rohlinge aus Karbonstahl, von Öl und Ruß geschwärzt, bekommt der Meister von einer Messermanufaktur angeliefert. Aufgrund des hohen Kohlenstoffanteils ist dieser Stahl sehr hart und trotzdem geschmeidig. Die kleinen Rohlinge sind gestanzt. Die großen Klingen sind aus einem Stück geschmiedet. Vor dem ersten Schliff wird der Schleifstein auf Quarzsandbasis mit einem Zackeneisen scharf gemacht. Ich werde jetzt hier die Warte schoben, das heißt die Warte schleifen. Die Warte wird jetzt vom Zunder, die Schneide, vom Zunder befreit, damit ich die hinten beim Nassschleifen auf meiner Maschine besser sehen kann oder überhaupt sehen kann. Ich muss die Klinge ja auf der Schneide dünn machen und deswegen wird das erste Arbeitsziel das Warteschoben gemacht. Aus der Warte wird später die Schneide. Der Zunder, eine Schicht aus Öl und Ruß, umschließt das kleine Schälmesser, auch Vogelschnabel genannt, wie eine Patinaschicht. Diese Rückstände entstehen beim Härten des Stahls. Erst durch dieses Saubermachen der Warte wird die Schneidekante sichtbar. Das wird ein Yatagan-Messer. Der Meister achtet darauf, dem Schwung exakt zu folgen. Die besondere Klingenform geht auf einen arabischen Krummsäbel zurück und dient seit über 150 Jahren als gebräuchliches Vielzweckmesser. Ein Elektromotor treibt heute diese Schleifmaschine an. Vor Jahren leistete das noch die Dampfkraft. Mit dieser Maschine, die mit einer sogenannten Wankeltechnik arbeitet, lassen sich Messer im Solinger Dünnschliff herstellen. Da muss man schon genau hinschauen. Meister Fährekampf gehört zu den letzten Schleifermeistern, die diese besondere Technik heute noch beherrschen. Durch das Schleifen am rotierenden Stein erhitzt sich das Messer. Mit zunehmender Temperatur würde der Stahl seine gleichmäßige Härte verlieren. Deshalb kühlt fließendes Wasser das Metall. Je kleiner das Messer, umso genauer ist zu arbeiten, damit der Dünnschliff der Klinge gelingt. Beide Seiten schleift der Meister auf diese Weise. Durch das Schleifen wird der vom Zunder befreite Grat immer dünner, bis er kaum mehr sichtbar ist. Der scharfe Schneidgrad entsteht. Auf dem Daumenring prüft er die Stärke der Schneide. Es ist eine in vielen Jahren erlernte Arbeit, die ein gutes Auge und geschickte, einfühlsame Hände erfordert. Routine ist es, Rohling für Rohling auf die gleiche, präzise Weise zu schleifen. Nicht zu dünn und nicht zu dick. Meister Fährekampf wechselt das Schleifbrett. Ein bewegliches Werkzeug, das zum Schleifen der Klingen an den nassen Stein herangeführt wird. Er richtet den auf dem Brett befestigten Schleifsaum aus Stahl genau ein, den Messerrohlingen entsprechend. Die Klingen müssen genau in das Werkzeug eingepasst sein, damit sie beim Schleifen am Stein nicht wegrutschen. Für den Schliff des Jatagan Messers wird die Schleifmaschine neu justiert. Sie ist gut 100 Jahre alt und wird längst nicht mehr gebaut. Der Schleifer Heinrich Kessel hat sie entwickelt. Ihm war die Arbeit an einem großen nassen Schleifstein in tief gebückter Haltung zu schwer geworden. Hin und her wankelt das Klingenbrett. Der Schleifsaum wird so vom Meister geführt, dass in der Klinge vom Rücken zum Schneidgrat ein hochgezogener, bauchiger Schliff entsteht. Diese Solinger Dünnschliff-Technik erfordert höchste Konzentration. Eine kleine Verkantung und der Rohling ist unbrauchbar. Und dennoch schafft der Meister mehrere hundert Klingen an der Kesselschen Schleifmaschine an einem normalen Werktag. Eine so präzise geschliffen wie die andere. Die Wankeltechnik der Schleifmaschine erlaubt ist, die Klinge so zu führen, dass sich die rundliche, bauchige Form herausbildet. Automaten sind nicht in der Lage, diesen Dünnschliff herzustellen. Durch dieses Wankeln bekommt die Klinge im Querschnitt die Form einer Ellipse. Um diesen Dünnschliff zu prüfen, zieht der Meister die Klinge über den Daumenring. Sie muss dabei leicht ausstellen. Sein Auge und sein Gefühl sind der Maßstab. So, laut Stammbuch ist der erste Fährekamp als Messerschleifer 1830-40 aufgetaucht, laut Kirchen-Stammbuch. Dann ist das von meinem Urgroßvater weitergeführt worden und so hat sich das von Generation zu Generation weiter vererbt. Das waren alles selbständige Heimarbeiter, die ihre Werkstätten an den wasserbetriebenen Schleifkotten hatten. Schleifkotten, so nannte man die Behausungen der Messer- und Klingenschleifer der vergangenen Jahrhunderte im Bergischen Land. Sie waren Wohnhaus und Werkstatt zugleich. An die Flüsse und Bäche dieser wasserreichen Region bauten die Familien diese Kotten. Im Haupthaus lebte die Familie, im Anbau arbeiteten die Schleifer. Das Wasser sorgte für den Antrieb der Schleifsteine. Da neben Klingen auch Schwerter hergestellt wurden, waren große Wasserkräfte nötig, um gewaltige Schleifsteine zu bewegen. Übermannshoch waren sie. Die Schleifer arbeiteten für die großen Manufakturen in Solingen. Durch die Heimarbeit hatten sie eine gewisse Selbständigkeit und arbeiteten oft für mehrere Betriebe. Um das täglich Brot zu verdienen, mussten auch die Kinder mitarbeiten. Das ist ein Beruf, der mit Dreck und Kraft verbunden ist. Früher waren die Steine, die wurden in der Eifel gebrochen. Das waren Sandsteine. Das war eine gefährliche Sache. Die hatten schon mal Risse. Dann flohren sie auseinander. Da sind auch einige Schleifer zu Dode gekommen. Das wichtigste und kostbarste Werkzeug des Meisters sind diese Holzscheiben aus Eichen- und Buchenholz. Sie dienen zum sogenannten Pliesten, dem Feinschleifen der Messer. Je nach Klingengröße, die zu Pliesten ist, sind diese Pliestscheiben in unterschiedlichen Stärken gefertigt. Sie sind mit Filz oder Leder beflockt. Das Material wird angeraut, um es saugfähig zu machen. Hilfsmittel für das Pliesten ist ein besonderer Schmirgel von einem besonderen Ort, der griechischen Insel Naxos. Dort wird der in der Natur vorkommende Schlemmsand in verschiedenen Korngrößen gemahlen, abgewogen und in alle Welt versandt. Mit Knochenleim versetzt, trägt ihn der Meister auf die lederbepflockte Pliestscheibe auf. Das muss in mehreren Schichten geschehen, die immer wieder trocknen müssen. In unterschiedlichen Korngrößen, je nach Feinheit des Schleifvorgangs, steht der Schmirgel für die verschiedenen Arbeitsgänge des Pliestens bereit. Das ist ein Naturprodukt. Das sieht zwar etwas unangenehm aus, kommt aber durch mehrfachen Gebrauch, nimmt das die dunkle Farbe an. Das ist Rüböl, also glaube ich Rapsöl nennt sich das richtig. Die Sollinger sagen Rüböl, Röföl. Zum Pliesten des Jatagan-Messers wird Schmirgelpaste in mittlerer Korngröße auf die vorgeschliffenen Messer aufgetragen. Das sogenannte Pliestholz dient als Werkzeug, um einen gleichmäßigen und präzisen Andruck auf die Pliestscheibe zu ermöglichen. Nach jedem Pliesten ist die Oberfläche der Klinge feiner und glatter. Die Riefen vom ersten Schliff mit dem Stein verschwinden. Die Korngröße des Schmirgels, der Andruck, den der Meister mit seinem ganzen Körper ausübt, und die Häufigkeit, mit der er die Klingenseite über die Pliestscheibe zieht, entscheidet über die Feinheit des Schliffs. Der Meister führt das Messer so, dass der bauchige Solinger Dünnschliff sich weiter herausbildet. Jede Art von Messer braucht natürlich ein eigenes Pliestholz, auf dem sowohl die eine wie die andere Seite der Klinge geschliffen werden kann. Auch für das Küchenmesser mit der Hohlen der konkaven Warte fertigt der Meister ein neues Werkzeug. Ja, ich mach mir ein neues Pliestholz für die hohle Warte. Das Holz ist Buchenholz. Fangwarten heißen die, die da Messer halten. Der Meister arbeitet seit Jahrzehnten für die Messermanufaktur Robert Herder. Seit 1872 ein Familienunternehmen, das ihm die Messerrohlinge fertigt. Die Manufaktur hat auch in Krisenjahren am Qualitätsmesser festgehalten. Aus einem kaltgewalzten Stahlwand werden die Rohlinge gestanzt. Verwendet wird Karbonstahl. Durch den hohen Kohlenstoffanteil ist das Material sehr hart, aber nicht rostfrei. In jede Klinge wird das Symbol eingeschlagen, das seit 100 Jahren diese Qualitätsmesser auszeichnet. Die Windmühle. Der Härteofen gibt den Rohlingen zweimal Feuer. Durch die beiden Glühvorgänge wird der Stahl weich. Damit die gewünschte Härte entsteht, werden die Rohlinge im Ölbad abgeschreckt. Dadurch verdichtet sich die Feinstruktur des Metalls. Nun wird das bereits dünn geschliffene Schälmesser gepliestet. Dreimal gezogen, wie der Meister sagt. Das angefertigte Pliestholz ist seine Führung. Feiner Naxos-Schmirgel sorgt für die matt glänzende Oberfläche. Und trotzdem ist das Messer noch nicht schrammenrein. Aus dem Schleswig-Nachos-Schmelz. Wir lesen mit einem Schmerz des Schmerz. Wir hatten einen Schmerz des Schmerzes.